So, herzlich willkommen zum frischen Videomodul der Statistik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir machen weiter im Zuge der Zeitreinanalyse. Wir wollen heute die Trendfunktion aufstellen. In den letzten beiden Videos haben wir uns vor allem den gleitenden Durchschnitt angesehen. Schaut euch die Videos entsprechend an, damit ihr zum einen die Ungerade von der Geradenordnung differenzieren könnt. Denn der gleitende Durchschnitt ist ja eine Alternative gegenüber der Trendfunktion. Erstmal zwei Definitionen, die ich mitgebracht habe und dann widmen wir uns der Aufgabe. Eine Zeitreihe ist eine Liste von Daten. Dabei wird jedes Datum mit einem Wert verknüpft. Hier haben wir zehn Perioden, wobei die zehnte Periode, ja, darauf wollen wir hinaus, welcher Wert steckt hinter der zehnten Periode, welcher Kostenwert. Und wir sehen, jede Periode ist hier mit einem entsprechenden Kostenwert, Y-Wert, verknüpft. So, wir waren hier stehen geblieben, um eine strukturierte Darstellung der Daten zu ermöglichen. Die Zeitreihenanalyse ist eine spezielle Form der Regressionsanalyse, der wir uns heute widmen. Werden, wenn ihr noch Input braucht zur linearen Regressionen, dazu findet ihr das entsprechende Video in der Playlist der Statistik. So, weiter geht's. Und zwar, und bezieht sich auf die Entwicklung der vorliegenden Daten, um beispielsweise einen Trend zu ermitteln. Entweder gleitender Durchschnitt. Damit können wir dann auch ein sogenanntes Zeitreihen-Diagramm skizzieren, um zum einen gleitenden Durchschnitt darzustellen und zum anderen die Zeitreihe selbst darzustellen. Könnten wir es theoretisch auch machen, die Zeitreihe grafisch skizzieren, haben wir aber schon eines unserer Videos getan. Also pickt euch das entsprechende Video aus der Playlist der Statistik hinaus. Und heute geht es eben um die Trendfunktion. Die Trendfunktion beschreibt eine lineare Regressionsgrade. Es gibt auch darüber hinaus noch weitere Regressionsgraden in der Regressionsrechnung, Analyse, wie ihr es auch immer nennen wollt. Die wir hier aber nicht behandelt haben. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann bitte einen Blick in die Fachliteratur. Wir befinden uns hier in den Grundlagen der Statistik. Da sollte die lineare Regression auf jeden Fall vorerst ausreichen. Und wird durch die Trendkomponente bestimmt, um den Trend einer Zeitreihe zu ermitteln. Der Trend umfasst eine systematische Zunahme oder systematische Abnahme einer Zeitreihe und gibt Aufschluss über eine kurz-, mittel- oder langfristige Tendenz. Ja, und jetzt haben wir hier einmal unsere Zeitreihe mit den 10 Perioden und den entsprechenden Werten, die eben mit dem Datum der Periode verknüpft sind. Hier habe ich jetzt einfach mal gesagt, okay, wir haben jetzt hier Kosten, ob das jetzt 155.000 sind oder nur 155 Euro, Dollar, Yen, das spielt alles keine Rolle. Es geht wieder hier nur um die Zahlen, dass wir aus dieser Zeitreihe eine Trendfunktion ermitteln. So, und da widmen wir uns der Regressionsrechnung. Hier haben wir zwei Pakete und zwar brauchen wir einmal unser A und einmal unser B. Sprich, wir brauchen einmal unsere Konstante wie unsere Steigung, damit wir für eine Variable, in diesem Fall die Variable T. T wäre dann hier die 10. Periode, die wir dann in die Funktion einsetzen, um den Kostenwert für die Periode 10 zu erhalten. Mehr ist das nicht. Also, lineare Regression, finde ich, ist ein Thema, kann man durchaus nachvollziehen. Nur, die Schwierigkeit liegt darin, diese Formel für unseren Parameter B hier zu verstehen. Also, B. Und da müssen wir ein bisschen, zwar ein paar Zwischenschritte vorgehen. Das Erste, was wir allerdings brauchen, das sehen wir hier direkt, wir haben Y quer enthalten. Das hätte auch X quer sein können oder Z quer. Das spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir hier so ein Quer. Und das ist dann dein Mittelwert. Hier haben wir ihn auch nochmal drin. Und den Mittelwert bestimmt wird es kurzerhand. Ich habe das jetzt hier nicht hingeschrieben, Mittelwert. Machen wir jetzt mal hier oben. Grit relativ flott, haben wir schon zuhauf gemacht. Deshalb, das ist jetzt hier nichts Neues. Wir haben hier neun Perioden. Also, ein Neuntel multipliziert mit das, was im Klammerzug ist. Sprich, wir summieren hier diese Pakete, die wir hier haben. Neun Pakete. Kurz mal in den Taschenrechner eingeben. Ich werde das jetzt da oben nicht nochmal abtippen. Also, 155 plus 180 plus 160 plus 185 plus 165 plus 190 plus 170 plus 195 plus 175. Dann kommen wir auf 1575. Also, 1575. Und dann haben wir hier das Ganze eben durch neun dividieren oder mit einem Neuntel multiplizieren. Es kommt aufs selbe hinaus. 175. So, das ist erstmal unser Mittelwert, Durchschnittswert, bekannt in der Statistik als arithmetisches Mittel. Also, im Schnitt haben wir Kosten von 175 Einheiten. Punkt. So, haken wir das jetzt hier erstmal ab. Dann geht es weiter. Und zwar zur Trennkomponente, zur eigentlichen Schwierigkeit hier in der Aufgabe. Unser B. Wir schreiben erstmal hier hin. B. Gleich ballern hier unseren Bruchstrich hin und stellen fest, wir können jetzt hier nicht alles auf dem Bruchstrich abtragen. Das würde einen riesen Umfang ausmachen. Und diese ganzen Werte, die bekommen wir alle gar nicht in unseren Taschenrechner hinein. Deshalb gehen wir hier Zwischenschritte. Wir schreiben hier hin mit. Was haben wir denn für Pakete? Wir haben einmal das Paket hier. Dann haben wir einmal das Paket. Dann einmal das Paket und das Paket. Ich trenne das in diese vier Pakete, die wir am Ende dann einsetzen werden, hier auf unserem Bruchstrich. Und dann, ja, denke ich, sollte das ausreichen. Fangen wir mal an hier mit klein t. Und jetzt aufgepasst, groß y. Und denn, dieses t steht jetzt nicht dafür, dass wir hier Werte einsetzen, sondern einfach nur für unser yt. Also, hier kann man auch yt dann hinschreiben. Haben wir in den letzten Videos auch bereits schon kennengelernt. Wie machen wir das Ganze? Wir schnappen uns das t, die jeweilige Periode, und multiplizieren mit dem Kostenwert. Das heißt, 1 mal 155, 2 mal 180, 3 mal 160, 4 mal 185, 5 mal 165 und summieren entsprechend die Pakete miteinander. Das heißt, hier schreibe ich das jetzt einmal hin, weil das ist ja der Kern der heutigen Aufgabe. Also, 1 mal 155 plus 2 mal 180 plus 3 mal 160 plus 4 mal 185 plus 5 mal 165 und so weiter und so fort. Ich denke, das Prinzip sollte klar sein. Und dann kommen wir hier auf einen Wert von, ich gucke gerade mal, ich habe es nämlich schon vorgerechnet. Und zwar 8025. Könnt ihr gerne nochmal nachrechnen, aber ich habe es jetzt schon zweimal vorgerechnet. Dementsprechend, der Wert sollte korrekt sein. Mir geht es aber darum, dass ihr versteht, wie komme ich auf diese Werte in der Formel. Dann machen wir direkt mal weiter. Und zwar mit, wir schnappen uns hier Groß T, dann Y quer und T quer. So, was ist was? Also, Groß T ist die Anzahl der Perioden, die wir hier berücksichtigen. Also, 9 Pakete, 9. Das arithmetische Mittel haben wir da oben und zwar 175. Aber was ist denn jetzt T quer? Klein T quer ist einfach nur, wir summieren hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und sogar 10. Und dividieren nun durch die Anzahl der Werte, in diesem Fall durch 2. Deshalb schreibe ich hier hin, einmal mit T quer gleich 9 plus 1 dividiert durch 2. Warum 9 plus 1? Da könnte man jetzt die Frage stellen, weil wir den Trend für die 10. Periode ermitteln wollen. Wir müssen dann hier plus 1 noch nehmen. Und dann haben wir ja zwei Werte, die wir berücksichtigen. Um den Mittelwert zu bestimmen. Also, durch die Anzahl der Werte, die wir berücksichtigt haben, durch 2. Und dann kommen wir hier auf einen Wert von 5. Das nochmal dazu. Da könnte bei dem einen oder anderen vielleicht es zur Verwirrung kommen. Und dann haben wir hier entsprechend unser Paket mit 5. So, und das können wir da auch mal ausrechnen. Ich gebe das jetzt nochmal an den Taschenrechner hier ein. Das ist ja relativ flott. 9 mal 175 mal 5. Und hier kommen wir auf 7.875. So, sowas kann man dann auch im Taschenrechner eingeben. Das sind ja nicht viele Werte. Aber wenn, es fängt ja schon hier an, da drüber die Zeile. Das sind ja schon relativ viele Werte, die ich eingebe. Und wenn ich das alles auf dem Bruchstrich da oberhalb und da unter packe, dann habe ich so eine elendlange Berechnung. Da muss ich Zwischenergebnisse bilden. So, da haben wir das Paket. Dann nächstes Paket. Und zwar t² und zwar Summe t². Das heißt, wir schnappen uns die jeweilige Periode und packen hier einfach zack, zack unsere Quadrierung noch oben hin. Und das war es im Prinzip schon. Summieren also darüber. Ich schreibe das hier nochmal hin zum Verständnis. Also 1², 2², dann 3², 4², 5², so und so weiter und so fort. Dann kommen wir hier auf einen Wert von, ich gucke gerade mal, t², ja 285 habe ich hier. Könnt ihr gerne auch nochmal nachrechnen. So, auch hier unterstreiche ich das mal doppelt, weil das sind jetzt so die Zwischenergebnisse, die wir gleich brauchen. Beziehungsweise das unterstreichen wir mal nicht. Denn das ist kein Ergebnis, was wir gleich in die Formel einsetzen werden. Das t². So, 285. Und dann haben wir noch ein Paket. Und zwar, Groß t, dann einmal Klammer, t quer zum Quadrat. Hier könnte es wieder zu einer Verwirrung kommen, dass man denkt, ey, Groß t in Abhängigkeit zu t². Nein, seht die Parameter wirklich für sich alleine stehend. Das heißt, wir haben hier nichts anderes als 9 multipliziert, Klammer auf, t quer, haben wir ermittelt, mit hier 5. So, und das Ganze quadrieren. So, dann gehen wir hier mal kurz ein. Was haben wir dann? 25, 25 mal 9, haben wir 225. Okay, 225. So, das unterstreichen wir, weil das entsprechend der Wert ist, den wir dann hier gleich einsetzen werden. Ja, und dann haben wir eigentlich soweit alles fertig. Und jetzt können wir den Bruchstrich hier ausfüllen. Ihr merkt also, Schritt für Schritt hangeln wir uns hier an der Formel heran, bzw. lang, und tragen jetzt einmal nur die Werte ab. Aufpassen, dass man die jetzt korrekt abträgt. Und zwar 8025 minus 7.875. Dann hier drunter t zum Quadrat, welches wir summiert haben, 225 minus, und dann haben wir hier, da habe ich schon erst einen Fehler gemacht. Habt ihr vielleicht schon gesehen, da kommt nicht 285 hin, das ist aber kein Problem. Wir kontrollieren uns nochmal, 285, und dann kommt ja hier minus 225 hin. Dann bilden wir kurz ein Zwischenergebnis. Macht durchaus Sinn noch einmal. 225 minus 7875 sind 150. Und hier unten wären das dann 285 minus 225 sind 60. Ja, und dann müssten jetzt 2,5 rauskommen. Ich gebe das nochmal kurz in den Rechner ein. 2,5. So, einmal doppelt, auch dreifach unterstreichen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, markiert euch die Werte, die relevant sind, um auf das entsprechende Ergebnis zu kommen. Ja, aber wir sind auch lange nicht fertig. Und zwar jetzt geht es darum, die Trendfunktion zu bestimmen. Eine lineare Funktion kennen wir als y von etwas, also y von x oder f von x oder f von z oder so, je nachdem, welche Funktionen, also welche Notationen ihr gegeben habt. Dann haben wir immer eine Steigung drin, eventuell eine Konstante drin, aber auch unsere Variable drin, je nachdem. Wir können auch eine Funktion haben, wo nur eine Konstante von 3 oder 4 enthalten ist. So, und dafür verwenden wir jetzt dieses Paket hier. Sprich, a gleich y quer haben wir schon. 175. Dann minus b haben wir jetzt ermittelt, 2,5. Multipliziert mit t quer. t quer haben wir ja auch schon hier irgendwo bestimmt. Wo haben wir es? Da die 5. So. Ja, und dann würde ich sagen, können wir das Ganze hier mal ausrechnen. Also 175 minus 2,5 mal 5 haben wir 162,5. Doppelt unterstreichen. Aber damit sind wir noch nicht fertig. Jetzt haben wir alle Komponenten, alle Trendkomponenten, um die Trendfunktionen aufzustellen. Wir haben unser a, wir haben unser b. Jetzt komme ich zur Funktion und zwar Funktion m mit so einem Dach drüber. Ihr könnt das auch anders benennen. Dann das Ganze in Abhängigkeit der jeweiligen Periode. Jetzt einmal, ich brauche die Steigung und die Konstante. Die Konstante haben wir uns jetzt hier geholt mit a. a ist unsere Konstante, sprich die 162,5 und dann haben wir hier unsere Steigung mit 2,5 t. So, t ist dann unsere Variable. Eigentlich könntet ihr theoretisch auch hier sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Konstante, stelle die einfach auf die andere Seite, weiß, okay, b, das muss ja irgendwie mal eine Steigung sein. Das t lässt ihr einfach weg hier. Und ja, damit habt ihr eigentlich soweit alles. Das hier verschwindet ja eh, das verschwindet auf die andere Seite. Ihr habt dann quasi eine lineare Funktion. Aber nur mal als Beispiel y gleich mx und dann haben wir hier plus c. So, klassische lineare Funktionen, haben wir vielleicht aus der Berufsfachschule Wirtschaft kennengelernt. So, also m, dann setzen wir ein. Und zwar, wir wollen jetzt für die 10. Periode den Trend erfahren, um eine Tendenz daraus abzuleiten. Also, 10. Periode, wie ist dort der Trend? 162,5 plus 2,5 mal 10. So, und dann 162,5 plus 2,5 mal 10. Haben wir einen Trend von 187,5. So, also haben wir Kosten in dieser Periode, die wir erwarten würden, von 187,5. Das Ganze kann man jetzt auch grafisch skizzieren und schauen, okay, wie sieht der Graph aus? Können wir aus dem Graphen vielleicht noch was herleiten? Auf jeden Fall haben wir hier eine Zunahme. Eine Zunahme. Wir schauen nochmal kurz in die Definition hinein. Eine systematische Zunahme. Und zwar hier. Und im Vergleich zum Durchschnitt haben wir ja auch eine Zunahme. Wir liegen also sogar über dem Durchschnitt. Also können wir hier nochmal hinschreiben. Und über Durchschnitt nicht. So, wenn wir den Graphen jetzt skizzieren würden, in einem Zeitreihen-Diagramm könnten wir vielleicht noch mehr daraus ablesen und interpretieren. Aber das jetzt rein objektiv. Wir haben eine Zunahme im Vergleich zur 9. Periode. Und wir sind überdurchschnittlich im Vergleich zum arithmetischen Mittelpunkt. Ja, und das war alles, was ich euch zeigen wollte zur Trendfunktion. Und hier haben wir uns eben der Regressionsrechnung bedient. Und im Prinzip haben wir ja jetzt hier eine Regressionsgrade vorliegen. So, wie wir es im Zuge der linearen Regression auch bestimmt haben. Ja, dann noch ein Hinweis. Ich habe das Video bereits schon mal hochgeladen. Das Video ist nicht verkehrt. Da sind exakt die korrekten Werte auch ermittelt worden. Allerdings war da Hintergrundmusik, Qualität nicht so Premium. Deshalb habe ich jetzt die alte Version durch die heutige Version ersetzt. Aber wundert euch nicht darüber. Auch das Video könnt ihr, die alte Version könnt ihr mir noch abrufen in der Playlist archiviert. Wenn ihr nochmal sagen wollt, ich will nochmal einen anderen Ansatz oder so verfolgen. Ich habe das jetzt hier auch nicht alles komplett aufgeschrieben. Ihr seht, ich habe mit diesen Punkten gearbeitet ein bisschen. Aber ich denke, vom Prinzip ist das Ganze klar geworden. Bis zum nächsten Mal und ciao.